Hallo, liebe Tiefsiefreunde, zu einer neuen Ausgabe von TV Tower. Tag 4 steht an. Ja, und wir schauen mal, was uns der Tag heute so bringen wird. Wir haben das Programm ja schon vorgeplant. Das heißt also, wir müssen noch schauen, dass wir die Werbungen entsprechend richtig platzieren. So, wir haben jetzt 5.000 wieder. Und weiter geht's. So, dann haben wir wieder den nächsten Werbespot. Genau, den hier. Ähm, ja, wir schauen mal kurz in die Nachrichtenzentrale, würde ich sagen. Ja. Jetzt haben wir hier. Ach, verdammt nochmal. Jetzt nehmen wir raus. Ichそして, jetzt bin ich. immer noch Okay, gut, weiter geht's Halt gleich nochmal die Werbeagentour besuchen dann komm So, was haben wir denn hier für Verträge Aber ist denn der Image zu gering? Okay Okay Die Werbeagentour Halt Halt Und jetzt zurück ins Büro. Tja, schwierig. Tja, schwierig. Tja, schwierig. Tja, schwierig. Tja, schwierig. Tja. Sehr gut. Dann können wir den jetzt unterbringen. Dann ist der nämlich durch. Tja, schwierig. So. Okay. Dann machen wir es anders. So. So, genau. So. 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 Dann gehen wir mal wieder einkaufen. So. 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 Okay, gehört zurück. So, den schmeißen wir raus. So, wir gehen jetzt dann weiter hier, genau, mit Programmen. Okay. Let's go. So, wieder nur 4000. Hmm. 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 Ein bisschen schneller hier. Hmm. 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 Ich bin hier noch. Ich will die Geräusche haben, genau. Ich will die Geräusche haben. Hmm. Was haben wir noch hier? Hmm. 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 So, die halt, wenn wir noch mal. Hmm. Hmm. Mal schauen, ob die noch etwas passendes haben. Ich gehe raus. So. 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 so 15.000 das ist wieder gut immer die nachher ist ja wirklich Ach du Schreck. So. Hat er dir verkauft, ne? Ja, stimmt. Sehr gut. Dann geht der auch noch unter, sehr gut. Warte, jetzt. Warte, jetzt. Warte, jetzt. Ne, ich will ja. Einen Block hätte ich jetzt vergeben. Eh, ich hier. Okay, gut. Okay, gut. Okay. Okay, gut. Okay. Okay. Okay, 50. Okay, da muss ich auch noch mal einen Werbevertrag für höhere Zuschauer zeigen, weil ich glaube, man muss einfach noch mehr Geld verdienen. Okay, da muss ich auch noch mehr Geld verdienen. Okay, da muss ich auch noch Geld verdienen. Okay, da muss ich noch Geld verdienen. Ich habe ihn mit ihm. So, weiter geht's. Um. So, wir gehen da rein. Wir haben zum Planen, wir haben dann 20.000, sehr gut. So, wir gehen da rein. So, wir gehen da rein. So, das muss ein bisschen schneller laufen. So, 10.000 mal wieder. So, wir gehen da rein. So, wir gehen da rein. So, wir gehen da rein. So, wir ranken hier rein. So, wir sind da rein. So, ich habe fast das criticized. so 70.000 okay nice 50.000 boots so sehr gut das geht raus Nachrichtenzentrale mit Nachrichten etwas ändern dem mit dem 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So. Wunderbar. Jetzt können wir nur noch abwarten. Für morgen Abend dann Werbeblocks nehmen, die höher dotiert sind. Das ist ein kurzwertiges Spiel. Kann man so zwischendrin mal spielen. Ohne Hektik, ohne Stress. So was haben wir hier. Ja, der hat die nämlich auch noch witz. Unsere kurze Angespielreihe neigt sich langsam an den Ende. Wie gesagt, dieser Titel ist kostenlos zu haben zum Zeitpunkt des Videos. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr einfach runterladen. Und ja, auf jeden Mittelklasse PC sollte das funktionieren. So, der Tag geht jetzt auch zu Ende. Ohne Hektik. Ohne Hektik. Ohne Hektik. Ohne Hektik. Ohne Hektik. Ohne Hektik. Bis zum nächsten Mal.